Nummer 4. Dieses Massagegerät eignet sich besonders für Personen, die an Cellulite, Wasseransammlungen und Erschlaffung leiden. Die Kombination aus vibrierenden Köpfen und Infrarot-Wärmetherapie beschleunigt nicht nur die Blutzirkulation, sondern besiegt auch überschüssiges Fett, das durch die Wärme entsteht. Der Leistungsstärke-Motor erzeugt gleichzeitige Rotations- und Vibrations-Bewegungen, die eine subkutane Massage zur Steigerung des Blutflusses bieten, die Lymphdrainage und Blutzirkulation fördern und die Hautelastizität verbessern. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 3. Bepa Anticellulite Massagegerät für Frauen, 4 in 1, bietet Ihnen eine Infrarotstrahlen-Massage mit dreifacher kreisförmiger Wirkung, Toning und professioneller Lipomodellierung. Es bekämpft Cellulite und hilft der Muskelentspannung. Überschüssiges Fett und Giftstoffe werden mit Hilfe eines thermoaktiven Effekts entfernt. Aus diesem Grund verfügt das Gerät über eine Infrarotstrahlung, die die Wirkung verstärkt, es hat vier austauschbare Köpfe. Durch den ergonomischen Griff lassen sich alle Punkte des Körpers leicht erreichen, so dass auf der gesamten Körperhaut einheitliche Ergebnisse erzielt werden können. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Ein vollständiges, wirksames Anticellulite Massagegerät mit mehreren Studien zur Steigerung seiner Wirksamkeit. Sehr nützlich alle vier Köpfe, jeder mit einem spezifischen Zweck, wie wir gesehen haben. Ausgezeichnete Infrarotfunktion, die ich empfehle, wenn wir den Masseur mit einem straffenden Produkt kombinieren. Zu dem Preis, zu dem er vorgeschlagen wird, ein Best Buy. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Ich halte es für das umfassendste Anticellulite Massagegerät auf dem Markt. Es verbindet die Vorteile der Saugmassage mit denen der Elektrostimulation auf hohem Niveau. Alles in der Hälfte der Zeit im Vergleich zu anderen Stimulatoren. Darüber hinaus habe ich nach 30 Tagen echte Ergebnisse gegen Zellulite gesehen. Der Preis ist hoch. Ich weiß, aber ich bevorzuge diesen, der kostet und funktioniert, im Vergleich zu vielen anderen, die ich gesehen habe und die bewiesen haben, dass sie weniger kosten und mit relativer Zeitverschwendung zu tun haben. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.